Was ist passiert? Ist es nichts, was ich tun kann? Äh, keine Ahnung. Wir sorgen für Stimmung. Wir sorgen für Heiterkeit. Wir werden diese frohe Ereignisse mit unserer Musik verschönern. Wir tröten fröhliche Musik und alle sollen Essen, trinken und tanzen. Aha. Da draußen ist mein Cousin. Gegen den will ich nicht verlieren. Ich habe den Sima schon gekannt. Da war er ein kleiner Stöpsel. Äh, frag mich alles, was du über Sima wissen willst. Über Simas Kindheit. In Sima fließt sowohl das Blut der Goda als auch der der Menschen. Deswegen hatte er eine sehr schwere Kindheit. Doch gerade weil er all dies durchmachen musste, wuchs er zu einem Mann heran, der die beiden Rassen friedlich zu vereinen vermag. Du willst doch bestimmt mehr über Simas Jugend. Als Sima so ein Alter war, wurde Sinn von Zabraska bezwungen. Als Exprisma Mika feierte die stille Zeit und Entenjaskil zum Prims. Als Anerkennung dafür, dass Jaxil die Leitsätze unter den Gorda verbreitet hatte. Sima war damals noch ein kleiner Junge, doch half er seinem Vater Jiskil. Über sie ist Priesterzeit. Nachdem Sima zum Priester geworden war, begann er allmählich von sich Reden zu machen. Er vollbrachte Dinge, die jeder überzeugte und stieg die steile Karriere hinterher hinauf. Es lag also nicht an der Einfluss. Nein, Sima schaffte es auch eigener Kraft. Eine verlässliche Persönlichkeit, die hundertprozentig weiß, was sie tut. Über Simas Medium-Zeit. Sima verfügte bei einem ungewöhnliches Potenzial als Medium. Anstatt sich auf die Reise zu begeben, wurde Sima zum Primas. Ein Medium ist nicht nur dazu da, Sinn zu besiegen, lautet wohl seinen Überlegungen. Nein, mehr möchte ich nicht wissen. Frag ruhig. Nur keine Hemmung. Ja, schön. Ja, Sima duftet immer nach was Süßem. Ist das nicht wundervoll? Oh Gott, im Himmel. Unglaublich, Sima heiratet. Erfreulich. Höchst erfreulich. Nehm dies, als ist es ein Geschenk. Elixier erhalten. Auch wenn Fröhlichkeit heute nicht gelten sind, Leute etwas locker gestimmt. Habe ich da nicht einen Schrei vernommen? Auch wenn heute ein Grund zum Feiern ist, sollte man doch etwas Anstand bewahren. Da ist noch vom Festbank jetzt nimm es ruhig. Eta erhalten. Danke. Was haben wir hier drin? Phoenixfeder mal drei. Heute ist ein super, duper, klasse Tag. Auch die Priester feiern, was das Zeug hält. Ja, ihr seht hier schon ein bisschen Eis rumfliegen. Ganz interessant. Was es damit auf sich hat. Hm. Vielleicht ist das das nächste Element unserer nächsten Bestia. Ja? Äh, ja. Ist es. Leider. Jetzt hat jeder da den Spürden gesehen. Was ich euch jetzt erzähle, ist die unklautete Wahrheit. Ich versuche es auf meine Honour als ein Quartner. Oh my god. Super, dass er eins von mir den Ohn gebracht hat. Uh-huh. Oh my god. Wunderval. Will du sein, okay? Without uns? No. Where are you going? You saw it, didn't you? Seymour's bad news. But he's a meister. Fine. Stay here if you want. Uh-huh. Come on, Wakka. Let's at least hear him out. This can't be happening. Wie konnte es nicht so weit kommen? Das hier ist übrigens eine Katze. Allheil mit mir mal zwei. Ich wusste gar nicht, was man die so ansprechen kann, aber okay. Elbidige Jaskill. Welche Grausamkeit. Ich würde es so tun, als wäre nichts passiert. Ich ahne Schlimmes. Pass auf. Euch auf. High-Potion mal zwei. Dankeschön. Die Aufnahme ist fehlerhaft. Anders kann es nicht sein. Ich werde diesen Sperioden in Gewahrsam nehmen und den Lady Yunus zu begeben. Dann sprechen wir noch mit ihr. Das ist eine gute Frage. Was ist mit dir? Äh. Hurra an. Äh. Zeig mir mal dein Ausrüstungsortiment. Wer ist sowas Neues dabei, wenn du schon hier bist? Publidivschlag. Ähm. Durchschlag. Kraftfaust. Ob die so impfst. Ja, wohl eigentlich schon, ne? Gewaltenring Steinwall. Ähm. Ja, also, das ist passend. Ja. I'm here. Lady Yunus is still gonna continue her journey now? Yep. I wonder if that means she and Mace the Seymour will fight scene together. Ich hoffe nicht. Just like Lady Yunus can all sail. So, jetzt gehen wir noch schnell aufs Tier Ausrüstung, weil Kimari hat ja seinen roten Reifloch, der hat er noch drin. Gut. Okay, gut, dann mal los. Ich weiß, dass du es nicht hinter dieser Tür erwartest und das wird nicht lustig. Ich weiß, dass du es nicht hinterher bist. Oder muss ich jetzt die Buckelfunk zuerst machen, oder? Oder muss ich sie nicht machen? Schnauze! Ich weiß, wie geht's. Ich weiß, wie geht's. Yuna. Ja. Ich weiß, wie geht's. Ich wusste es, dass du ihn zu tun hast, oder? Nein? Genau. Nun, warum hast du hierher gekommen? Ich bin... Ich bin... Ich bin aufhörst. Ich bin aufhörst, mich zu stoppen. Das stimmt. Ich bin aufhörst, ich bin aufhörst. Du hast mich zu verternen? Ah! Ich habe ihn nicht verletzt. Ja. Ich habe ihn nicht verletzt. Sprech du dein letztes Gebet Protest Protest Habt das jetzt bald Und der macht natürlich Sel Ja, sie schützen sich alle Extras Ansprechen Was was bringt Ähm, sie müsste jetzt Die neue Bestie ja schon haben Ja, Fragezeichen, genau Ähm Dann sprechen wir ihn doch mal an Oh mein Gott Es sauberabwehr von Yunnan steigt Pfff Ja, ist grad von Tiders steigt Ja, das muss jetzt Ne, den Blutzen muss ich jetzt Nicht mit jedem machen, okay Dann macht er mal Dracone, kannst du was von ihm lernen? Sieht wohl nicht danach aus Ähm, Wacker Du kannst ihn ansprechen Die Zauberwehr von Wacker steigt Autopotion Eisra Äh, Kimmari, greif mal ein bisschen mit an Das ist auch nicht so viel Schaden, ne Autopotion Ah, ich klau dir gleich Den Autopotion Blitz Teidos Dude wechselst du jetzt mal ein bisschen mit Riko Kannst du auch jemanden ansprechen? Ne Klauen High Potion Klautsch Blitzra Ich geb dir gleich Blitzra So So, jetzt versuche ich einen Schlafhieb Hat mir nichts gebracht Auen Eis Unheilmittel So Klau mal bitte High Potion Geklaut Was Wacker Ähm Du greifst jetzt auch mal an, bitte Turbo Er hat er geklaut, okay Was, der lebt immer noch? Eis Unheilmittel Schon wieder? Feurer Äh Wacker Angriff Aha Kannst du hier noch was klauen? Nein Eisra Oh mein Gott Nein Äh Juna Bitte Komm mal kurz rein Einmal Engel Bitte Blitz Alle haben sie aus dem Wacker abgesehen Irgendwie Nochmal Blitz Okay Auen Das war mir schon irgendwie klar, dass er jetzt weniger hat Spezial Klauen Okay, dieser besitzt auch keine Items mehr Juna Ähm Du Machst jetzt erstmal Mitra Auf Wacker Meine Güte Ist das hier ein Kampf Ich weiß Ich zögere ihn gerade zu teilen Naus Aber Das Beklauen ist hier nun mal sehr wichtig Exil geklaut So, Wacker Du tauscht jetzt mit Äh Lulu So, die macht jetzt einmal Ähm Schwarze Magie Und zwar Wie heißt es mit Eisra Aber das war jetzt ein bisschen verschwendet Naja, macht nichts Juna Du machst einmal Ähm Bitra Auf Riku Bitte So, und die macht jetzt nochmal Klauen Diebstahl Fehlgeschlagen Okay Wasra Schwarze Magie Feura Feura Äh, okay Ich glaub Glauben bringt nichts mehr Dann soll sie angreifen Auch wenn sie so viel Schaden macht Wie Nicht viel Feura Ähm Riku Du greifst jetzt mal Den Idioten da an Bei dem Darf jetzt nochmal Jeder angreifen Tausend Eisra Ähm Du kriegst jetzt einmal Bio Gut, ich hab ihn verkifftet Das ist immer gut Riku, du hast schon draufgehauen Dann nehmen wir mal Auen ins Team Er darf auch mal Oh Gott Ja Jetzt wird's gefährlich Harte Tour Okay Tidus Du machst Witze Machst du Witze Oder was Schützen Ah okay Tidus macht auch Ziemlich viel Schaden Schmerz Ich gib ihm mal Ich gib ihm mal ein Item Bitte Phönixfeder Magiebrecher einmal Bitte Tidus 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 Trinkt mir da nichts Schmerz 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 Schon wieder einmal Und schon wieder auf Auf sie Auf sie Okay Ähm Kamaui Einmal Drakonik bitte Auen Auen Du machst Du machst jetzt momentan Geins Du hast Drakonik schon gemacht Äh Riku Lass dich uns auch mal kurz angreifen Äh Techs Äh Machen wir mal den Blindschock Mal schauen Was bringt Ich glaube zwar nicht Aber Nein Bringt natürlich nichts Schmerz Äh Item Phönixfeder So Juna Komm mal bitte ins Team Und beschwöre deine neue Bestie Ja Oh Faith Lend me strength Einer meiner Lieblingsbestia Sie hat Angriffs Himmelszorn Annehmer sammelt seine Kräfte Ja Das ist schön Ähm Ich mach mal bei ihr Ebenfalls die harte Tour Schmerz Ich glaube ich kann sie kein Eis ran Ne Damit heilst du dich jetzt mal bitte selbst Ich warte jetzt einfach mal Äh Schmerz Ich kann auch nicht angreifen Verdammt Okay Dann bringt es mal nix Ähm Himmelszorn Ja Jetzt kann er so ne Xtase machen Annehme mal ne Xtase Ja Ich weiß Chaos Dimension Die bringt mich jetzt um Ich lebe noch Okay Dann einmal bitte eisrar Auf dich selbst Das war schon ein bisschen knapp So und jetzt mach ich mal meine Xtase Den Diamantstaub Schmerz Blitzka! Ja, so sieht Blitzka aus. Weg mit dir bitte! Weil das wäre ihr Tod gewesen. Alter! Okay, du hast nicht mehr viel. Ähm, ähm, ähm... Okay, jetzt habe ich ein Problem. Weißmagie... Engel? Bringt mir Engel was? Feurer! Ja, okay. Okay, so bringt mir das gar nichts. Item? Habe ich so einen Megaphönix oder sowas? Megaphönix... Ja, genau, so Mama ist das. Wir machen einen Megaphönix. Jetzt hör doch mal auf hier! So, und du machst einen Meisterruf mit Falfaris bitte! So, und der macht mir jetzt bitte mal einen Laserstrahl aufs Limor. Tja, Simor. Das war's für dich, würde ich sagen. Das war's für dich, würde ich sagen. Äh... Äh. Ja. Ja, wir dürfen ihn jetzt nicht besegnen und dadurch werden wir ihn öfter sehen. Ja, das ist das Einzige, was wir tun können. Ja, das gibt satte Erfahrungspunkte, vor allem für unser Junchen. Ein Schwarz-Spirit, ein Wunder-Spirit, Perlenwappen, Perlenschild, Sturmarm, und Sturmreif. So, Shiva heißt die neue Bestie, ja? Und die will ich auch natürlich so bei dem Namen belassen. So, wenn wir jetzt zurückgehen, müssten wir die Prüfung nochmal machen. Also diese komische Prüfung da, ihr wisst schon. Die Tempelprüfung, die ist auch wichtig, weil wir brauchen ja immer noch diesen Schatz da aus der Kammer. Für unseren, ja, wie heißt es schon, für... Wovon, kann ich jetzt... Wofür ist denn das? Aktiviert von Mitstreitern und Freigesetzte Schwarzmagie. So, Juna, du bewegst dich jetzt drei Schritte weiter. Das ist genau hierhin. Wunderspirit einmal. Und ein Zeitspirit, Reflex plus vier. Titus, du bewegst dich jetzt erstmal dahin. Dann benutzen wir ein Kraftspirit, HP von um 200 gestiegen. Und dann Appetit-Spirit, Gemach gar. So, du bewegst dich jetzt auch mal zwei Schritte weiter. So, ein Kraftspirit, angesagt von Markkamm 2 gestiegen. HP von Markkamm 200 gestiegen. HP von Markkamm 200 gestiegen. Panzerbrecher, das ist immer gut. So, ich müsste eigentlich gleich speichern, aber Moment. Ich möchte jetzt erstmal kurz zu der Bestia gehen. Zur Shiva. Damit die mich auch was erlernt. Mit so einem Stummhieb. Dann gebe ich ihr noch den Zeithieb. Anfeuern. Anpeilen. Sammeln. Ahnen. Was wie Kram. Mega Potion. Okay. X-Foi. X-Blitz. Nimmst du mit. X-Wasser nimmst du auch mit. So, dann gebe ich ihr noch Blitzra. Normalblitz kann sie auch haben. Sell genauso. So, und mehr ist momentan noch nicht drin. Kann ich X hier noch was beibringen? Ich glaube momentan nicht, ne? Gut. So, dann speichern wir hier. Ja, und dann liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. Oh.